Musik Wo ist denn eigentlich schon wieder der kleine Skoda hin? Das ist der vorne. Mit der Motorhöhe Funktion. Beim Skoda. 80, yay. Jetzt fahren wir maximal 90. 90 ist auch maximal Geschwindigkeit. Wir sind jetzt alle beide gerade. Jetzt fangen die schon wieder an. Wir haben in der Wange an Midnight mit dem Blinker rein, Blinker raus. Links, rechts, geradeaus. Was? Links, rechts? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich fahr mal rechts. Ganz schlecht, die Idee. Ganz schlecht, die Idee. Ganz schlecht, die Idee. Der ist auch schon wieder weg. Ich bin hier fast hinten drauf gefahren. Willst du durch oder was? Das ist gut. Ah gut. Und dann geht er wieder ab. Oh scheiße. 90 haben wir gesagt, ja. Und dann wird langsam Stellaritis. Das ist gut. Das ist gut. Ich weiß, wie ich die Folge nenne. Abgekacke und Motor voll... Fuck, Alter. Hatten wir das nicht gerade bei etwas anderes ausschauen? Wäre ja nicht so eine scheiß Laterne gewesen. Wäre ja nicht so eine scheiß Laterne gewesen. Wäre man Motor drauf in Bettenordnung. Ach ja, die Laterne. Warte kurz. Ich komme schon um die Kippen. Und natürlich Bule. Der ist auch schon wieder da. Wie kommt das eigentlich? Das ist schon wieder nichts hinterherkommen. Weil wir alle über 90 fahren irgendwie. Ich fahr 90. Ich fahr 90. Komm, lass mal alle Monster haben. Du spinnst wohl meine wertvolle Überladung, ey. Ich hab Spicer, dann passiert schon nichts. Wird da zum Milfshake. Meine wertvollen 9 Tonnen Altkunststoff aber. Meine wertvollen 22 Tonnen Beton Fertigtreppen. Mein, mein, mein wertvolle, sie haben momentan keinen Auftrag. Mein Lkw. Ach ja. Autobahn. Mach schon eine Frage, wo fahren wir denn jetzt eigentlich gerade hin? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich hab jetzt verstanden, wir fahren zu Mofa. Na dann fahren wir mal so. Wenn du willst. Fahren wir doch mal Mofa. Ja. Ich. Den kümmer ich mich von. Was ist denn hier los? Bulle. Alter, Bulle. Da hab ich meine ganze Top Speed verloren, ey. Kommt die da hinten an, ey. Hallo. Jetzt kommt hier ein Boot dran. Was ist denn jetzt hier los? Bin ich schon überhaupt noch beim richtigen Konvoi? Ich hab auch schon keine Ahnung. Ich hab auch schon keine Ahnung. Ich weiß noch gar nicht mehr. Was? Ich hab diesen komischen Russen dort drüben ja gerade platt gemacht, damit er reinfahren kann. Ey, du darfst mal sein, ey. Hey, Timberwolf mit der 1 und der 3. Ja, was ist? Ich bin wieder hinter dir. Ja. Auf Kali hast Thomas genannt. Thomas. Ja. Oder natürlich Thomas. Ich sag meinen Namen jetzt lieber nicht, sonst verwechselt man das wieder mit jemand anders. Ne, nenn mich mal lieber Timberwolf. Thomas. Timberwolf Thomas. Timberwolf Thomas. Timberthomas. Timbertho. Mas. Das hat sich jetzt angehört wie so ein aggressives Mas. Oder Kimo. Ne, Mas habe ich gesagt. Ich könnte doch einfach Kimo nennen. Du musst halt von hinten alle festhalten. Du musst halt von hinten. Der fährt neben mir ja die ganze Zeit. Bauen ja aus der Hefe von der. Ja, der. Ja, der. Ja, der. Ja, der. Ja. Der. Boah. Ja, der. Da stellt man hier rum. Ach du Scheitel. Da fuck der du willst du denk. Ich muss hier so links machen. Oh Scheiße. Achtung. Muss von rechts, muss von links. Weil du auch mit Würfe anticipieren. Alter warte auf mich. Scheiße. Ihr habt voll die Massenkatastrophe da und ich häng' wieder hinterher. Der Motorfähz-Funktion war nicht mehr da, Alter. War das der Russe? Ne, das war eigentlich Motorfähz-Funktion. Warte ich drüber kurz zu reden, dann sag ich auch, ich hab Motorfähz-Funktion. Ne, da ist der Russe ja wieder. Komm, hier, ich helf' dir mal nach hier vorne mit deinem anderen. Ey, Russe, Mann! Aha, komm, gib mir mal einen Kaffee in den Lagen. Ja, ich kann's haben, ich hab immer den Sprite. Nehm' ich auch. Da vorne steht, glaub ich, einer. Der Russe macht mir Angst. Hey, ich seh' nicht. Wir dürfen ein bisschen drängst rum, ne? Ja, ne? Echtz, yo. Oh, ehrlich, die pack' ich aus, ne? Yo. Und du hast mir das Sprite. Jo. Ach. Oh, scheiße, jetzt muss ich ja wieder bremsen. Fuck it! Halt' dir mal irgendwie drüber. Ich fahr' dir jetzt gerade aus oder rechts? Du Arsch-Gesicht! Alter, Vorsicht, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo fahr' dir jetzt hin? Geradeaus oder rechts? Rechts! Tages Knight goosebumps! Ich schei' gut lash! Auch schein' ey! Hey, Trimberwolf! Halt' jin' tief Was eine Action, liebe Damen und Herren. Was ist das denn da vorne? Ach du bist das, ja. Du bist immer alleine, ne? Ja, ich bin immer alleine. Hallo. Weißt du, wenn du gehst deinem Volker? Verarscht mich gerne. Wer schmeißt sich denn da die ganze Zeit weg, weil das ist nicht so witzig. Alter, was geht mit... Jetzt weiß ich, warum der so eklig gelacht hat. Scheiße, Alter. Mach auf, wenn ich nach 100% fahne. Hab ich ja auch so schritten. Alter, ich pelle jetzt schon. Ich komme wieder nicht hinterher. Geil, Mann, du hast aber noch an. Hallo. Ich glaube, ich sollte vorher verweichern. Was tue ich jetzt auch, bevor ich nachher in Kaputnergare habe. Wir müssen jetzt wieder rechts ab, oder? Ja. Wie viel Prozent hast du? Ich hoffe, du wohnst das. Ich komme immer noch nicht hinterher. 34% immer noch. Du hast mich nicht gerahmt. Was ist denn da los? Da warten wir schon auf mich. Ich habe dich nicht gerahmt. Du bist zweimal fast übernach mitgeflogen. Ja, ich habe gefeiert. Da geht das nicht. Was ist da los? Oh, ich bin jetzt mit 90 hier, ey. Hallo? Oh, nee, scheiße. Ja, hallo. Was warst du da? Oh, fuck. Es ist nur bergrunter, die Verordnung. Ist kaputt. Ja, 100%. Wo, scheiße? Davon waren schon 50 nur dank Ihnen. Ein gutes Hattet, ja. Ich bin nicht mehr der Langsamste. Wo seid ihr jetzt hingefahren? Rechts, rechts, ab. Alles gut, das kann ich nicht verflascht bleiben. Alles gut. Hm. Ich kann mal wieder, dass die geschmeidige... Ja, hi. Jo. Wo seid ihr gleich? Irgendwo zwischen hier und dort. Seid ihr jetzt schon an Frankfurt vorbei? Ja. Die kommen jetzt Richtung Kassel. Ich bin fast schon bei Kassel. Na, Motor fehlt von Kassel. Alter. Boah. Boah. Ich habe gleich eine Lungenfehl von Kassel. Ich habe das Gefühl, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Warum? Ich sehe überhaupt keinen mehr. Ich sehe überhaupt keinen mehr. Ich muss da auch mal die Augen aufmachen. Hab ich. Das ist alles dunkel vorne. Ich bin fast wie Tomaten da vorne. So lange du auf alles in Richtung Kassel bist, ist alles in Ordnung. Bin ich Richtung Kassel? Ja, du kommst wieder nach. Ah, ich bin Richtung Kassel. Ja, du kommst wieder nach. Ah, ich bin Richtung Kassel. Wir sind gerade auf die Künfer drauf. Ja, wir fahren hier also nach Norden. Oh, hier kommt aber, hier habe ich auch nie gefahren. Wat eine Action. Nur wegen einem blöden Kamm gekommen, weil so eine Action, Alter. Aber vor ist nicht gegeben, da stehen ja vor. Achso, klar, da sind wir vorgefahren. Ganz vergessen. Wenn eigentlich ja alle fähig sind, der ganze Konvoi im Arsch. Echt, wer ist denn vorgefahren? Ups, das war der Scheibenwischer. Das war immer noch der Scheibenwischer. Oh, scheiße. Boah, meine ich. Ja, komm, wo ist Monster? Gute Frage. Achso, wir fahren weiter, Alter. Du kleiner Miser Schiss, natürlich. Ja, wer fehlt denn noch? Auf scheiße. Ja, wenn wir bei der 70 fahren kommen, sind wir jetzt wieder vollständig. Ich brauche mal in Rex, ne? Ich darf das. Sollte das nicht mal suchen. Darf ich mal auf die Straße rammen? Nein, darfst du nicht. Darf ich den Typen hinter mir rammen, weil der mit die ganze Zeit Lichtrufe macht? Ach, mach doch, was du willst. Wer war denn das jetzt, ey? Ich glaube, das war der Russe, der gerade hier runtergefahren ist, wa? Okay, ähm, das ist, ja, wir waren das. Ah, Auto, Auto mit Anhänger! Wer war das? Wo, Auto mit Anhänger? Ja, kommt euch gleich in den Gegend. Wo? Wie entgegen? Nee, ist uns schon entgegen gekommen. Ja, andere Spur. Achso. Das sind, das sind ja die Leute, die keine Logik haben. Ich glaube, das ist ja John irgendwas gewesen. Hab ich nicht mal, hab ich jetzt nicht mal mitbekommen. Ja, ich wollte ihn nur nicht porten, aber war, ich wusste ja, er war. Äh, lol. Der Konvoi schreite nach vorne. Der Konvoi wird kein leichter rein. Der Konvoi rammt sich gegenseitig. Muss jemand von euch tanken oder so? Nee, muss ich tanken. Muss jemand Monster reinfahren? Ja, muss ich. Weil er mich, weil er mich so mal gerammt hat. Ohhhh, oh shit. Oh, das hat schon 55% Schaden. Geil, ich hab's nicht. Was ist denn hier schon wieder los? Ich verpiss mich aus dem TS-Alterland, wenn ich 100% habe, Alter. Ich verboxen. Du hast mich auch. Ja, wegen dir, Wichser, hab ich jetzt meinen Motor kaputt, ey. Wegen dir war auch meine kaputt. Ja, und du, Penner, du kannst dich wirklich hier forten. Ich denk doch mal logisch nach. Damit ich nicht hier forten. Ich hab immer vor mir einen Timberwolf, egal welchen. Ich weiß nicht, warum. Ich steig jetzt auf den Konvoi. Ich fahr jetzt erstmal in die Werkstatt. Ja, jetzt kann ich nur 100 fahren. Ich bin da drauf. Fahr jetzt erstmal in die Werkstatt, ey. Eine sehr interessante Aufnahme. Ja, aber sehr interessant. So still. Ja. Das ist ein Werbung für den neuen Tesla. Der ist so weiß. Der hier immer so abgeht, das ist der Timberwolf mit der 1 und der 3. Ach so. Muss ich immer nach Hannover? Alter. Ich lieb' solche Lachen. Weißt du, muss ich gerade aus? Wer muss jetzt wohin? Ich muss auf Triletto. Wollt ihr denn doch eh nur nach, nach, äh, Osnabrück? Ja, müssen wir ab. Wie viele fahren jetzt nochmal, hier und wie viele fahren auch Osnabrück? Ich fahr'n irgendwo mehr, ey. Ich lasse dich die Sache weg. Und den Rechenkorb holt ich mir in den Arschstecken. Fahr'n nix mehr. Nee, wirklich, ganz ehrlich, ich geh'n nichts verhalten, Alter. Ich kann mich nicht porten, ey. Sag doch. Man muss ein bisschen nachdenken. Oh, tut mir leid. Aber du musst mir 200 überholen, und mich aber von der Straße tromst, hast du auch nicht nachgedacht, was. Mit so ner dummheitreicher Betreffekt von den Kornach und hier. Und da ist wie um Kube, das geht klar, wir brauchen 40 kmh-Begrenzung. Weiß ich den Locker. Huiiii. OpenShield. Oh scheiße, Schild. Alter. Von allem Freunden so. Oh scheiße, Schild. Alter. Scheiße. Mit dem Tesla. Genauso dem ich wie der Niki Gauder-Witz. Oh, was geht denn hier ab? Das ist halt so wild Was ist denn hier los? Hä? Ja, okay, alle fallen gerade aus und fallen auch gerade aus Was ist denn hier los? Hä? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr Wieso? Wir stehen in Autos und LKW Ja, ich bin... Sag mal, du musst deine Richtung aus fahren und gerade aus Aber alle fallen gerade aus weiter Ich mach mich nicht hier wohin Hallo Skoda Das hab ich noch Wann fehlt das hier, Leute? Thomas Was? Hallo Was ist das? Das wird mich reinhören kann Da kennen wir von sowas Rückspiegeln werden heutzutage überbewertet Nicht, wenn einer auf der rechten Schwung mit 200 hinten angeknallt kommt Das ist mir doch egal Du warst schuld Hieb Stoff Hieb Stoff Hieb Stoff Komm den Berg hoch, Mann Hieb Stoff Ich hab nicht mal Anhänger drauf und kommen die hinterher Oh, ich komm hinterher Oh, ich komm hinterher Oh, ich komm hinterher Ohne Licht Was hab ich gar nicht? Ne, das ist hier Das Böse, denen zeigt etwas, mein Scheinwischer Hieb Stoff Hieb Stoff Soll ich euch mal zeigen, wie ein LKW auf der Seite liegt? Hieb Stoff Ganz einfach, einfach so hart wie ihr nur könnt da nichts lenken Hieb Stoff Hieb Stoff Hief Hief Hee Untertitelung des ZDF für funk, 2017